hey leute und herzlich willkommen zurück zu der council in der letzten folge haben wir drei gäste befragt nun geht es zu george washington der hat nur zwei räume doch ist schon der das kleinste zimmer die haben alle die möglichkeit in den hof zu gehen ich hab das nicht die befragen wir erst nachdem wir das zimmer durchsucht haben ich habe das auch was oder hey ich habe george ich möchte euch mit dem plan an ich habe ein projekt zu zeigen es ist time that the united states played a more important role on the world stage i have stand your reluctance of playing with fire i know your new country is very young but rest assured that i would do nothing to jeopardize what we have built together i look forward to seeing you soon your friend william looks like a note between emily and washington about trade deals oh ein schlüssel natürlich machen wir das ach echt schon das und hier gab es nichts ist eigentlich nur das was ja nicht so dass es bringt okay die schatoulle ist schon offen hier was na das sieht nicht so aus er hat ja gar nichts hier so jetzt müsse ich irgendeinen effekt haben ja habe ich ähm halb der negativen effekte verkehrt das ist der tropfen ne das auch nicht zwei ist es rauslässt er mich nicht bild will ich nicht angucken wow ja viel gibt es hier nicht greetings mr president you can guess why i'm here of course lord mortimer has sent me to ask you a few questions about last night it's how am i going to tell elizabeth's father that she's dead i know mr president i shall endeavor to find out the truth about this tragedy i must ask you to help me though please find the degenerate pig who did this louis der hat sowieso viel tot erklärt jetzt ist er halt wirklich tot was sind denn seine schwächen noch schnell äh washington 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 denn seine oh unsere immunität kenn ich ähm 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 er hat jenobart vorübergehend immunität und schwächen es ist dieses komische zeichen dieses 3 ist ja auch nix was für ein alibi hat er für gestern abend er sieht aus als traurig ja traurig er ist ja noch seine echten zähne hat hat er mit ihr gesprungen oder was mr president had you spoken to elizabeth since your arrival you know her father you thought she was dead no i didn't and i believe i'll be taking my remorse with me to my grave i wanted to but i didn't know where to begin you can't blame yourself you you couldn't have known that her days were numbered sonst noch was äh weiss er ob sie irgendwelche feinde hatte ja mami ah wie auch schon weiss er warum sie auf densel war ja wir wissen das ihn ausreden lassen ja das war's ja das war's das war's für heute dann kann ich keine vierkarten einsetzen also ein bisschen sparsam jetzt umgehen morty ist auch hier ne das ist nicht morty wie ist es wie heißt es noch schnell ja genauso du bist weiter ich dich ich habe gedacht this is not really the shortest way to get to your suite yes i wasn't really looking where i was going i shall leave you now sir i will return to my room aha aha gehen wir mal die mal rein das ist jetzt elizabeth 2 ja auch Oh, da steht ja einer. Nein. Alles klar, Digi. Den Brief hatten wir schon, ne? Ah, ja, das hatten wir schon. Alles, was hier hat, hatten wir fast. Nach dem Mörder, dann, habe ich gerade die Zeit für den Krim. Huh, das Talisman, den ich zurückgebracht habe zu Elisabeth. Ich kann nicht genau sagen, dass sie guter Glück gebracht hat. Ein Pentagramm? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Also, das hatte ich schon alles, ne? In welchen Mutterspüge hat das, ne? Ein Pentagramm ist nicht da, um, ich weiß nicht, was schade oder dämonische Kreatur ist. Könnte Elisabeth haben sich zurückgebracht, während eines occultes Rituals? Ja, wir machen es da. Ein Pentagramm ist da nicht da, um, ich weiß nicht, was schade oder dämonische Kreatur ist. Mit dem Punkt nach oben, das Pentagramm ist ein ähnlicher symbol für schade gegen schade. Empathisch? Oh, ich habe Talentfrage geschaltet, danke. Stufenmaustik, Psychologie, Stufe 2. Ach, das ist schön. Ja, das machen wir jetzt. Sie kommt. Der Dämon ist über mich. Er kommt zurück, um mich zu töten. Und da ist sie. Die Tod hat mich ausgeschlossen. Ich habe nur in ihre Sonne geflogen. Das war ihre letzte Entdeckung. Welche totale Schriftung? Das ist wirklich seine Mutter, sie getötet. Den Brief haben wir schon gelesen. Oh, das ist eine Pistole. Oh, das geht in Napoleon! Was ist eine Pistole? Eine Pistole? Ein ganzes Neues, ich würde sagen. Und, nachher an den Warten, ein ganzes Licht. Ein Publikum für die Hintermutter. zu den Liberatorern von Frankreich. Hm. Hm. Es gibt ein paar kaltete Blut auf der Grip. Es ist schwierig zu wissen, wie sie dort kamen. Es ist extrem gut gehalten. Die Brille ist perfekt clean. Es ist nicht platziert, und es gibt keine kaltete Blutresidue. Ich würde sagen, dass es noch nicht genutzt wurde. Genau. Ich muss ihn finden. In der Ecke was versteckt? Ja, tatsächlich. Für den Adel machen Kleider Leute das hier. Es ist eine Travel-Dress. Die Silke hat sich leicht verletzt, um es zu verletzen. Und ich weiß die sehr Frau, die mit der Idee kamen. Given all die Traveling, sie macht. Meine Mutter. Gott helpt uns. Warum kam sie hier in der ersten Zeit? Die Materialien erscheint zu haben eine abnormale wear-and-tear. Sie sollte sich in der Landkirche aussehen, und das sieht nicht gut aus. Jetzt habe ich noch einen Punkt. So, das haben wir alles. Äh, das kostet nichts. Ja. Untersuchen. Amerika? Washington? Okay, okay, okay. Also wir müssen jetzt mit Napoleon reden und mit Washington. Da ist das Messer. Das Messer analysieren. Wollen wir mal. Die Blade ist lang und schwarzen. Eine Beine ist sehr schwarzen. Die Blade ist lang und schwarzen. Wahrscheinlich. Die Blade ist verletzt mit Blut. Sie ist immer frisch. So frisch kann das auch nicht sein. Die größte Teil des Handels ist nicht solch aus dem Blut. Der Verbeer hat die Beine so tief, dass es nicht Blut hat wo er es untergebracht hat. Die Handprinte indigiert die kleine und schlinder Hand. Er ist eine Frau. Nächstes. Ja, der hat wirklich große Wiese. Dreckige Fingernägel hat sie auch. Warte, die Schnittwunden sind auch schon heftig. Ja, fangen wir an den Omen an. Die Namen analysieren. Ja. Das kostet auch nichts. Das ist alles gratis. Das ist Wahnsinn. Sie hat das Siegelum de Ameth tattooed on her. The symbol of the living God. Written in the language of angels, according to believers. It is rare for someone to know about symbols like this at her age. Unless her mother was a tutor. Ancient Greek. Let's see what it means. These are sacred chants intended to protect their bearer. But from whom? Or from what? So, das haben wir jetzt alles. Dann gehen wir in den Oberkirchen. Ich kenne nicht mehr als neun Wände auf dem Thorax mit viel Blut. Einmal noch, oder? Ruhig. Ne, lass mal. Oh, das ist ja widerlich. The same kind of tattoo as on the rest of her body. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is the scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. But, that's torture. She also has old scars around the neck. Maybe mutilations. She bled from the nose. What a strange smell. Das ist der Alkohol. Das kostet mir was ned, das mal. Blut, but no trace of blows on the legs. More tattoos. Somewhere to those on the rest of her body. Ne, das lassen wir jetzt alles. Okay. Wir haben sie durchsucht, aber da gibt's noch was, was wir mal anschauen müssen. Die Flasche. Du legst ihn weg. Hey, was ist jetzt los? Ich hab einen negativen Effekt. Okay, hier haben wir jetzt wirklich alles versucht. Das heißt, wir müssen jetzt mal als erstes zu Washington gehen. Ich weiß es genug, jetzt. Danke. Bye, bye. Sehr gut, Sir. So, ich kann zurück, wenn ich mich brauchen muss. Ich muss die Tür behalten. Alles klar. Lass mich raus. So, dann haben wir zurück. Ich glaub nicht, dass einer von den Gästen war, die wir kennen. Ich bin nicht gut. Ich bin ja, ich bin ja. Also, ich bin ja. Äh, warum? Sie sagte, sie hatte schreckliche Migränen, die nicht weggehen würden. Wahrscheinlich für ihre Worte, die sie hörte, und nicht für die Migränen. Herr Präsident, wir haben eine Führung gefunden in der Szene des Krieges. Ich hoffe nicht. Das ist alles, was ich brauche. Nein, rest assured. Es sieht aus wie das Püree. Perfekt. Das sollte dir helfen, Louis. Es ist ein Klub. Gibt's hier was? Noch nicht. Oh nein, runter will ich nicht. Darf ich ja eh nicht. Das ist nichts. Auch nichts. So, hier sind wir am Anfang wieder, oder? Oder? Nee, das ist ja von irgendwas. Ja, die werden wir aber erst in der nächsten Folge befragen, Leute. Danke wieder fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch wieder eine Bewertung da, einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.